Vorsicht, er flippt aus. Könnte mir nie passieren. Ich raste doch nicht aus. So. Gentlemen, start your engines. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin wieder in die Raume drüber in die andere Hose. Ah ja, ich hab mal eben den angemachte Demosike. Kann ja sein, dass es dunkel ist da draußen. Das erklärt nämlich, warum die ganzen Viecher hier rumrennen. Jo, ist dunkel. Also, nach über zwei Wochen Pause. Oder nach zwei Wochen Pause? Zwei Wochen Pause? Ja, zwei Wochen Pause. Gesundheitlich bedingt war das leider so. Sind wir da mal wieder am Shithissel. Ich hoffe, dass das jetzt sich alles ein bisschen beruhigt und dass wir jetzt hier gesundheitlich keine größeren Probleme mehr haben. War alles nicht so schön. So. Und ich raste heute mal wieder komplett aus. Ja. Christoph geht steil. Richtig. Ich hab nämlich heute vor, erstens mal das Energiepack zu bauen. Das speichert nämlich ganze zwei Millionen EU. Und ich brauch nicht immer meinen scheiß dämlichen elektrischen Schraubenschlüssel aufzuladen. Und das derbe abtacht. Ja. Was auf jeden Fall sehr lustig wäre, wäre, wenn wir hier diese noch fehlenden Geothermal-Generatoren platzieren. Sind 13 Stück, die baue ich dann nochmal schnell. Wir begrüßen im Übrigen auch mal im Hintergrund den TK 4711, welcher sich ein bisschen am Root-Server beschäftigt hat und diesen Root-Server neu aufgesetzt hat. Wir haben ein nagelneues Betriebssystem am Shithissel, hier am Surveyor. Und, äh, das ist der Grund dafür, warum es hier unter Umständen auch immer mal wieder nach Zurück lang kommen kann. Ähm, es wird eine ganze Menge verändert. Also, zumindest am Betriebssystem. Und, äh, sauber. Aber wir versuchen jetzt eben mal die ganzen Crashes, die wir hatten immer wieder, wo es dann immer wieder Schnitte gab, die es da einfach nicht gab. Also, die es einfach nicht hätte geben dürfen, so. Äh, die versuchen wir jetzt einfach mal so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Jo. Warum hab ich den jetzt im Freeze drin? Das gibt's doch gar nicht. Wegen mir. Ich bin so kalt, weißt du? Wo hast du denn einen Freeze? Ich war grad in einer Kiste und wollte mir danach das Rezept für das Energie-Pack anzeigen lassen. Und jetzt hab ich einen Freeze. Immer noch? Immer noch. Ey, so viel Scheiße kann einem doch nicht passieren. Ja, heute ist im Übrigen auch ein Tag, der Murphys Gesetz sehr ähnlich kommt. Ich weiß überhaupt nicht, wo bist du denn? Jetzt hat er's, ey. Endlich mal. Habe ich da auch einen Freeze? Nein. Nein. Das solltest du eigentlich nicht haben. Nein, ich hab keinen Freeze. Hahaha. Ich brauch nochmal zwei von diesen roten Kristallen da. Schöne Grüße an Bastus1984 mit dem Freeze. Das erinnert mich immer an den Friesermann. Den Freezer. Verstehst du, das ist ein kleiner Junge, der kann nix machen. Ja, ich wollte... Du kannst mir eigentlich mal Energie-Kristalle herstellen, zwei Stück. Energie-Kristalle? Ich glaube, welche habe. Ein Energiekristall von Industrialkrafte? Jawohl, zwei Stück. Zwei Stück. Brauche ich Energiumdust für. Den mache ich aus Diamond Dust und Redstone. Das kriege ich doch nie im Leben hin, Mensch. Nie im Leben. So viele Diamanten haben wir doch gar nicht mehr. So viele Diamanten haben wir im Leben nicht mehr. Apropos im Leben nicht mehr. Ich will mal hier so ein bisschen mein Inventar aufräumen. So. Ja, ich glaube, ich mache das doch gerade mal. Hui, KST-Beat. Lange nicht mehr gehört. Apropos KST-Beat. Das ist der Beat Nummer 106. Aim heißt er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4. Wie viele von den Kristallen brauchst du? Zwei nur? Kommando zurück. Wir haben noch Diamant Dust. Wir haben noch eine Menge Diamant Dust. Wo haben wir es denn? Hier unten. Äh, 3, 6 und 2. Warte, ich gebe dir das. Das habe ich vorausschauenderweise bei mir. Ja, genau. Wo sind denn die Maseratoren hin? Ähm, Maserator. Alt-Send Refuge. Hier. Alles klar. Hä, für was brauchst du? Nee, nee, alles gut. Ach so. Ganz cool bleiben. Hier sind auch Energium Dust. Da haben wir uns auf den Kompressor hätte er gemusst für Energium Dust. Haben wir doch Energium Dust. Ja, aber nicht genug. Ein Kristall braucht neun. Na, also muss ich ja doch noch was herstellen. Ja, selbstverständlich, habe ich doch gesagt. Weißt du? Naja, gut, okay. Energium Dust. Energium Dust entsteht durch... So, und ich mache mich jetzt schon mal an die... ...teile man das und laselt einmal... ...viertel mal Generatoren. Ist ja, hat er tausend Crafting-Täbeln, nur an der Ecke, wo ich stehe, hat er keinen. Weißt du? So, für Generatoren brauche ich wieder Eisnerne Öfen, ich brauche Eisenplatten und RE-Batterien. RE-Batterien braucht Eisen-Item-Hüllen und Brenn-Kabeln und... Ach, der war... So, jetzt müssen wir hier in den Kompressor hinein. Wird noch welche? Gut. Auch 13 Stück davon. Kannst du mir mal verraten, wo der hingeht? Ach, da. Ich soll dir Energiekristalle bauen? Willst du mich vereimern? Ich fahrhautig. Ich komme jetzt augenblicklich zu dir. Tsch, 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 tsch. Komm mal mit, komm mit, folge mir. Schau da oben in die Kiste. Oh, schie. Ich fühle mich dezent vereimert von dir. Nur so ein bisschen. Sorry, das wusste ich nicht. Jaja. Nur so ein bisschen, nur so ganz dezent, verstehst du? Das merkt man kaum, so vereimert, wie ich mich von dir fühle. Nur so ein bisschen. Was ist denn das? Das ist das Industrial Craft, ne? Ich brauche mal da hinten das Ding. Den Bühbel brauche ich. Du hast ja gesagt, du bräuchtest nur zwei, ne? Ja. Dann nimm sie dir. Nein, du wirfst mir jetzt nicht den ganzen Scheiß zu. Du wolltest nur zwei. Die liegen da oben. In der Kiste drin. Die anderen nehme ich jetzt hoch und bringe sie in die, in die Kiste. In die Mod-Kiste. Und wenn eine Mod-Kiste wäre, ist die du? Ich hoffe. Wenn nicht, dann haben wir gleich keine. Wenn nicht, dann haben wir gleich ein Problem, was du verursacht hast. Ich hab den Ksch. Alter. Ey, warum mir meine Rikustarte, das Zeug an der Kistenweise, weißt du? Extra Utilities, Thermal Expansion. Thermal Expansion. Was? Lassen wir das? Ähm, nein, wir haben keine Mod-Kiste für IC2. Warum nicht? Das kann ich dir sagen, weil die IC2-Mod-Kiste hier unten steht. Warum tut sie das? Weil wir da noch keine eingerichtet haben oben. Wo steht sie denn? Wo 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 denn? Ja, da. Wo denn? 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 Ich fühle mich dezent vereimert. Nur so ein bisschen. Nur ein bisschen vereimert. Nicht vereitert, ne? Vereimert. Alter kannst du auch von mir haben. Äh, warte, ähm, nein. Warte, ich überlege, nein. Ich wollte gerade nochmal überlegen, aber nein. Nein, nein, äh, warte, nein. Warte, nein. Ja, hier hast du sogar noch Kohlestaub. Hier sind noch Öfen hier drin irgendwo. Wie viele Öfen willst du denn noch? 13 Stück. Dipp, dip, 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 dip. Öfen hab ich gar nicht mehr, mach ich mal mit Krab. Ich war hier acht Stück, das reicht aber nicht. Ich fühle mich immer noch vereimert von dir, Christoph. 13 Stück, der Rest kann gerne sterben gehen. Aber ich fühle mich vereimert. Ja, schön. Warum vereimert du mich? Weil du es kannst, ne? Richtig. Alles klar, Joga, ist klar. Äh, wie waren denn die Eisenöfen? Na, die waren super. Haha, ha, 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 ha. Was wolltest du machen? Eisenöfen? Blöd, mit den Eisenöfen? Ach, mit Eisplatten, okay. Gut, dass ich dran gedacht hab. Du meinst ja Eis und Öfen? Ja. Die gehen mit Eisenplatten, Christoph. Preis ist zu wenig, verdammt. Dipp, dimm. Aber guck lieber erst nochmal in die Kisten, bevor du mir sagst, ich soll was bauen. Genau, eine Eisenplatte ist zu wenig. Warum glaub ich dir nicht? Warte mal, ich glaub, ich hab hier hinten noch am Crafting Table was zu liegen. Fast schon, hast du ja erledigt. Hier hinten hätte ich welche liegen gehabt. Okay, wenn du nicht willst, dann ist es mir doch egal. Ich brauch noch mehr davon. Hab ich die jetzt? Mehr davon? Was mach ich denn hier? Vier Stück. Oh, jetzt. Alter, Screenshot, Arjen. Lass das da doch reichen. Irgendwo hier war das, woanders ist. Hä? Alter. Verarschlich. Ich brauch mal eben 13 Mineratoren. Okay. Jetzt, äh, müsst, ja, die müssen mal aufbauen und anschließen. Ich brauch mal Glas. Eisenalte. Ja, weil aufbauen und anschließen. Ey, du hast mir ja zugehört. Christoph. Multitasking, ich merke. Ich fühle mich von dir veralbert. Das ändert nichts an der Tatsache. Irgendwie hab ich das Gefühl, er will mich verurschen. Nur so ein bisschen. Ach, da muss ich mir das Glas ja wie selbstversorgen. Zack. Ach, du wolltest, dass ich dir Glas bringe? Ja, nee. Also, weißt du, es tut mir ja irgendwie leid, aber ich bin ja gar nicht mehr da. Weißt du? War noch mal die Küsten einsortieren, und dann hab ich die Dinger nämlich drauf fertig. Das, das. Das. So, so, so. Das und den restlichen Müll schicke ich ins System und gebeam. Was mach ich denn da? Bin ich denn, bin ich denn total? Ja, bin ich. Das restet down. Die Dinger, die Dinger, die Dinger. Halt, die Fluide. Halt, die Fluide. Dann erzeugen wir mal ein bisschen Energie, wa? Hm? Halt, ich sag. Dann geh jetzt die scheiß Fluidukte hin, Alter. Die hab ich in der Hand. Und schließe sie gerade an die Öfen an. Ich kriege kein Impuls-Item praktisch mit dem Fluidukte. Die hab ich in der Hand. Ja, ne. Sehen aber noch welche, Mann. Ja. Die reichen lang nett aus. Hier sind sie auch nicht hineingewandert. Wo sind sie denn dann? Irgendeinem System fest, oder wie? War kein Platz für Redstone mehr? Kein was? Hä, wie kann denn, wie kann denn Redstone da nicht reingehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier, ist hier einiges nicht richtig. Auch hier hinten nicht. Wir sind voll mit Redstone, alles klar. Wir sind voll? Jabber. Ich brauche, äh, wie viel brauche ich denn? Alle. Werfen eins. Da, da, da. Ja, ich glaube, das ging, ging das bis Diamant oder bis Obsidian? Obsidian. Ja, dann brauche ich dafür fünf von diesen, die Nöbeldingern. Erst die Speicherabgrace, oder wie? Oh, nicht, hey. Alter Falter, hab ich hier Framedrops. Ach, du Scheiße. Ach. Wo hast du Framedrops? Ich habe gerade die Öfen in Betrieb genommen. Die werden ganz langsam in Betrieb genommen. Alter. Das Lava, was gerade abgezogen wird, darf nicht mehr normal sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Redstone hier reingeht, sondern es geht da rein. Vielleicht bin ich doch am Arsch. Boah, das wird dauern. Meine Fresse. Und warum geht da Kobbelstone nicht rein? Keine Ahnung. So, die ist in Längen nicht voll. Ich weiß nicht, du hast das Lager optimiert. Du warst es. Ha, 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 ha. What the fuck? Du ist Schwefel von Raycraft beim Minecraft mit drin. Keine Ahnung. Kriegst du fast vor der Seite. Ach, du Scheiße. Christoph. Was? Das wird ein Problem hier. Was wird ein Problem? Die Germal. Ach, die Germal. Die Germal. Ja, genau. Die Germal. Die Geothermalgeneratoren. Ja. Füllen sich ganz, ganz langsam mit Lava. Boah, scheiß doch die Wand an. Wir sind voll mit Kobbelstone. Wir sind voll? Schon wieder? Ja, das ist so. Vielen Dank.